von deutschland aus und das andere wieder zurück und das video ist genau das video ist noch vom letzten jahr eine schnellversion aber ich habe auch videos mit schnellvision und auch mit ganz normaler geschwindigkeit version pro jahr sogar das playtest gespeichert auf youtube und ja und ich wollte halt dann ein paar videos machen da wo ich dann nochmal das gleiche video mache in eine schnellvision gemacht aber auch dann in eine schnellvision gemacht und das eben halt so erstmal in deutschland reise wie es da alles aussieht total anders als in frankreich und das seht ihr noch alles daraus was ich euch zeige und weiter geht ja leute ich bin es wieder rein im sammelschon und heute 9 euro ticket reisen nach frankreich von deutschland aus und das andere wieder zurück und das video ist genau das wird es noch vom letzten jahr eine schnellvision aber ich habe auch videos mit schnellvision und auch mit ganz normaler geschwindigkeit version pro jahr sogar das playtest gespeichert auf youtube und ja und ich wollte halt dann ein paar videos machen da wo ich dann nochmal das gleiche video mache in eine schnellvision gemacht aber auch dann in eine schnellvision gemacht und das sieht dann halt so erstmal in deutschland reise wie es da alles aussieht total anders als in frankreich und das ich ihnen auch alles daraus ich zeige und weiter geht ja leute ich bin es wieder rein im sammelschon und heute 9 euro ticket reisen nach frankreich von deutschland aus und das andere wieder zurück und das wird es genau das wird es noch vom letzten jahr eine schnellvision aber ich habe auch videos mit schnellvision und auch mit ganz normaler geschwindigkeit version pro jahr sogar das playtest gespeichert auf youtube und ja und ich wollte halt dann ein paar videos machen da wo ich dann nochmal das gleiche video mache in eine schnellvision gemacht aber auch dann in eine schnellvision gemacht und das sieht dann halt so erstmal in deutschland reise wie es da alles aussieht total anders als in frankreich und das seht ihr noch alles da was ich euch zeige und weiter geht ja leute ich bin es wieder rein im sammelschon und heute 9 euro ticket reise nach frankreich von deutschland aus und das andere wieder zurück und das wird es genau das wird es noch vom letzten jahr eine schnellvision aber ich habe auch videos mit schnellvision und auch mit ganz normaler geschwindigkeit version pro jahr sogar das playtest gespeichert auf youtube und ja und ich wollte halt dann ein paar videos machen da wo ich dann nochmal das gleiche video mache in eine schnellvision gemacht aber auch dann in eine schnellvision gemacht und das sieht dann halt so erstmal in deutschland reise wie es da alles aussieht total anders als in frankreich und das seht ihr noch alles da was ich zeige und weiter geht Leute ich bin es wieder rein im sammelschon und heute 9 euro ticket reise nach frankreich von deutschland aus und das andere wieder zurück und das das video ist genau das video ist noch vom letzten jahr eine schnellvision aber ich habe auch videos mit schnellvision und auch mit ganz normaler geschwindigkeit version pro jahr sogar das playtest gespeichert auf youtube und ja und ich wollte halt dann ein paar videos machen da wo ich dann nochmal das gleiche video mache in eine schnellvision gemacht aber auch dann in eine schnellvision gemacht und das sieht halt so erstmal in deutschland reise wie es da alles aussieht total anders als in frankreich und dass ihr den noch alles daraus ich zeige und weiter geht ja da er hört ihr mich jetzt auch endlich mal wieder nach all der zeit irgendwie ja weil so passt jetzt zeige ich euch dann halt wo ich jetzt in frankreich bin da wieder in frankreich auf der anderen seite dass ihr mich dann seht dass ich dann jetzt in frankreich bin aber auf der anderen seite und da sieht dann halt alles anders aus als in deutschland und das zeige ich euch alles was da in frankreich zu sehen ist wie es halt aussieht und so weiter und ja auch ja und es macht auch richtig super gut spaß andere länder an der sitten halt in diesen ländern sieht es so aus unterschiedlich und in anderen ländern sieht es so aus unterschiedlich überhaupt ja ich hatte schneller videos genau in diesem video dann habe ich dann gecheckt dass man dann richtig so richtig sehen kann auch nicht mal weil man stoppt immer wieder deswegen mache ich jetzt ein video da wo man halt in ganz normaler langsamer geschwindigkeit alles genau gut zieht was da zu sehen ist was da zu sehen ist auch dabei weiß ich auch in frankreich bin naja und jetzt bin ich halt immer noch in frankreich jetzt sage ich da alles ja auch habe ich ja gesagt jetzt werde ich auch alles was euch in frankreich zeigen was euch zeigen kann und will in frankreich wir haben jetzt halt weiter los wir haben jetzt halt weiter los ja da hörte mich jetzt auch endlich mal wieder nach all der zeit irgendwie ja weil so passt jetzt zeige ich euch dann halt auch ich bin da wieder in frankreich auf der anderen seite dass ihr mich dann seht dass ich dann jetzt in frankreich bin aber auf der anderen seite und da sieht dann halt alles anders aus als in deutschland und da zeige ich euch alles was da in frankreich zu sehen ist wie es halt aussieht und so weiter und ja auch ja das macht auch richtig super gut spaß andere länder an der sitten halt in diesen ländern sieht es so aus unterschiedlich und in anderen ländern sieht es so aus unterschiedlich überhaupt ja ich hatte schnelle laufvideos von genau diesem video dann habe ich gecheckt dass man dann richtig so richtig sehen kann auch nicht mal wenn man stoppt immer wieder deswegen mache ich jetzt ein video da wo man halt in ganz normaler langsamer geschwindigkeit alles genau gut sieht was da zu sehen ist auch dabei weiß ich auch in frankreich bin naja und jetzt bin ich halt immer noch in frankreich jetzt sage ich da alles ja auch habe ich ja gesagt jetzt werde ich auch alles was ich in frankreich zeigen was ich zeigen kann und will in frankreich wir haben jetzt halt weiter los wir haben jetzt halt weiter los ja da hört ihr mich jetzt auch endlich mal wieder nach all der zeit irgendwie ja weil so passt jetzt zeige ich euch dann halt wo ich jetzt in frankreich bin wieder in frankreich auf der anderen seite dass ihr mich dann seht dass ich dann jetzt in frankreich bin aber auf der anderen seite und da sieht dann halt alles anders aus als in deutschland und da zeige ich euch alles was da in frankreich zu sehen ist wie es halt da aussieht und so weiter und ja oh ja das macht auch richtig super gut spaß andere länder anderen seiten halt in diesen ländern sieht es so aus unterschiedlich und in anderen ländern sieht es so aus unterschiedlich überhaupt ja ich hatte schneller videos von genau diesem video dann habe ich gecheckt dass man dann so richtig sehen kann auch nicht mal weil man stoppt immer wieder deswegen mache ich jetzt ein video da wo man halt in ganz normaler langsamer geschwindigkeit alles genau gut sieht was da zu sehen ist auch dabei weiß ich auch in frankreich bin naja und jetzt bin ich halt immer noch in frankreich jetzt sage ich da alles ja auch habe ich ja gesagt jetzt werde ich auch alles solche in frankreich zeigen was euch zeigen kann und will in frankreich ja dann geht es halt weiter los ja da hört ihr mich jetzt auch endlich mal wieder nach all der zeit irgendwie ja weil so passt jetzt zeige ich euch dann halt auch jetzt in frankreich bin wieder in frankreich auf der anderen seite dass ihr mich dann seht dass ich dann jetzt in frankreich bin aber auf der anderen seite und da sieht dann halt alles anders aus als in deutschland und da zeige ich euch alles was da in frankreich zu sehen ist wie es halt aussieht und so weiter und ja auch ja und es macht auch richtig super gut spaß andere länder an der sitten halt in diesen ländern sieht es so aus unterschiedlich und in anderen ländern sieht es so aus unterschiedlich überhaupt ja ich hatte schneller videos von genau diesem video dann habe ich gecheckt dass man dann richtig so richtig sehen kann auch nicht mal weil man stoppt immer wieder deswegen mache ich jetzt ein video da wo man halt in ganz normaler langsamer geschwindigkeit alles genau gut sieht was da zu sehen ist auch dabei weiß ich auch in frankreich bin naja und jetzt bin ich halt immer noch in frankreich jetzt sage ich da alles ja auch habe ich ja gesagt jetzt werde ich auch alles was euch in frankreich zeigen was euch zeigen kann und will in frankreich jetzt 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 halt weiter los ja da hatte mich jetzt auch endlich mal wieder nach all der zeit irgendwie ja weil so passt jetzt zeige ich euch dann halt ob ich jetzt in frankreich bin dann wieder in frankreich auf der anderen Seite und da sieht dann halt alles anders aus als in deutschland und da zeige ich euch alles was da in frankreich zu sehen ist wie es halt aussieht und so weiter und ja auch ja und es macht auch richtig super gut spaß andere länder in diesen ländern sieht es so aus unterschiedlich und in anderen ländern sieht es so aus unterschiedlich überhaupt überhaupt ja ich hatte schneller videos von genau diesem video dann dann habe ich dann habe ich dann gecheckt das dann man dann richtig so richtig sehen kann auch nicht mal weil man stoppt immer wieder deswegen deswegen dann